Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, ich sitze wieder in meinem Wagen. Hab aber auch schon wieder eine kleine Odyssee hinter mir. Der Wagen wurde von der Werkstatt gebracht. Ausgemacht ist, wenn die Tore zu sind, Schlüssel entweder aufs linke Vorderrad oder auf den Kühlmittelausgleichsbehälter. Oder hab aber auf, kann man gar nicht verfehlen. Jetzt mache ich schon seit um 6 Uhr, machen wir hier herum und suchen diesen Schlüssel. Haben wir den Ersatzschlüssel geholt, haben die Zündung angemacht. Die sind mit 4 Achsen auf Heavy Solo und sind im Heavy-Fahrprogramm hier rausgefahren. Na egal. Auf jeden Fall haben wir den Ersatzschlüssel genommen, haben die Zündung an, sind dann mit dem Ersatzschlüssel weggelaufen und haben probiert, ob das Fahrzeug startet. Wenn das Fahrzeug startet, muss ja, wenn das Fahrzeug startet, muss der Schlüssel ja definitiv am Fahrzeug sein. Aber das Fahrzeug startet nicht. Also, gehen wir davon aus, die Knaller haben den Schlüssel mitgenommen. Wenn es jetzt natürlich nicht so wäre. Ja. Eigentor. Ich gucke jetzt nochmal, ob er hier irgendwo am Boden liegt, ohne drunter. Vielleicht vor das Vorderrad gelegt, ne. Ne, sieht nicht so aus. Ah, ja. Jetzt mal verraten, was die Jungs sagen. Um 7 Uhr eröffnet das Büro. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt rüber in meine Halle. Ich sattel meine 4-Achse auf. Dann fahre ich rüber nach Lambertheim damit. Ah, der kommt schon. Weißt der schon was? Also, mein Schlüssel ist da. Ich nehme alles zurück. Er lag im Briefkasten vor unserer Werkstatt. Dann fahre ich auf dem Fahrzeug. Daher soll es mir schon weg, ja. Jetzt fährt er nicht los. Jetzt fährt er nicht los. Ja. Das ist auch da. Ah. 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 Aber ich komme ein bisschen schneller als sonst. Hallo. Ich glaube, das wird bescheiden hier. Der Boteplatz ist ja immer noch drin. Und dann macht der dann jetzt hier das Torch. Ich gucke, ob ich da reinkomme. Ich gucke, ob ich da reinkomme. Reicht der das? Ach, nee. Es gibt wieder ein... Es gibt wieder ein... Entschuldigung, ich will fix. Auf beiden Seiten stehen Fahrzeuge. Hier fühlt man sich gerne rein. Geht, das ist schon ganz schön. Ich bin noch mal, ich will euch mal, aber es gibt einen Moment. Das wird noch nicht so schön. Und dann werden wir noch nicht so Puhren. Aber wir brauchen noch ein paar Seiten, weil es nicht so gut ist, Dass wir noch mehr. Und dann wird oder? Norddeutscher Rundfunk Musik Danke! 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 Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Da steht ein Autotransporter im Moment drauf. Schlagloch. Ah, die Frischte hier. Frischte hier. Oh, Weißfau. Aua! Aua! Wir sind jetzt in die Wash-Man. Wo steht das Sieg? Wo steht der Sieg da? Wo steht das Sieg da? Ach Gott, ach Gott, was ein Gejuckel. Ach, jetzt habe ich meine Rampe vergessen. Wenn ich jetzt runterfahre, so gehe. Ich denke eh nicht. Da lege ich mir das Holz hier. Ich wollte noch meine zweite Rampe holen. Die Zubrecher ist auch schon da, okay. Da. 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 Vielen Dank. 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 Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Habt gesund. Habt Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.